Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da beim Auerhausi? Hier alleine sind noch zwei Fäden drin, die werden jetzt beim Arzt rausgenommen. Ich bin da in der Arztpraxis in Kirchberg, im Reli-Park. Und hier oben sind die braunen Flecken, sind weggenommen worden. Ich bin ja erstaunt, wie schnell das verhält und man überhaupt nichts mehr sieht. Das war nur eine Schönheits-OP, die hätte ich nicht wegnehmen müssen. Und jetzt warte ich auf die Frau Doktor, die mir da die Fäden rausnimmt. Ja, liebe YouTube-Freunde, Fäden raus und Befund ist gut. Und jetzt fährt der Bauerhaus in die Kaffee-Bar und trinkt dort einen Kaffee. Die Kaffee-Bar ist mein Stamm-Kaffee seit mehr als 30 Jahren. Der Bauer ist mein Stamm-Kaffee.